Ich glaube, das probiere ich gleich nochmal. Das könnte jetzt ein Stückchen dauern, aber ich glaube, ich habe den Bogen raus. So, dann müssen wir nämlich gleich unsere Flügel so sehr spreizen, dass wir... Das möchte ich gleich nochmal probieren. Dass wir relativ weit oben ankommen. Ich möchte nicht allzu tief fliegen. Weil wir sonst ins Wasser gelangen und dann unser kompletter Kurs vom Arsch ist. Alter, alter, alter. Komm schon, Spiel. Fast! Dann machen wir es erstmal ohne Münze und versuchen das Ganze jetzt nochmal. Ich möchte diese Münze haben. Wie gesagt, ich möchte nicht allzu tief. So funktioniert das schonmal nicht. Danke, ich möchte mich gerne umdrehen. Danke, dass du mir da geholfen hast, liebes Spiel. Und lieber Vince. Und wir haben, was wir brauchen. Mehr will ich gar nicht. Ich will nur diese Münze haben. Jetzt lassen wir uns einfach vom Wind in den Lichtstrahl treiben. Juppidu! Wir haben, was wir wollten. Ich freue erst mal, diese Eistee. Ohne Eistee wird bei mir nämlich nichts. So, und als nächstes haben wir Tor-Tor-Tor-Man. Hört sich, hört sich durchaus interessant an. Oh, da guckt mal einer staunen. Wir haben einen Klumpfuß. Nein, so ist das bestimmt nicht gedacht mit dem Level. Aber ich glaube, ich habe eine ungefähre Ahnung, wie es gemeint ist. Ich muss bloß rausfinden, wie ich das am besten hinbekomme. Ich war zu schnell. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Nee, so funktioniert das auch nicht. Ich muss echt überlegen jetzt. Gut, also. Wir haben hier einen großen Klumpfuß und einen kleinen Fuß. Jetzt muss ich versuchen, mich mit dem kleinen Fuß fortzubewegen und mich mit dem großen Fuß abzustützen, damit das mit dem... So war das nicht gedacht. Ich muss versuchen, den kleinen Fuß zur Fortbewegung zu benutzen. Um dann den großen als Stütze zu benutzen. Wenn ich das vorsichtig genug mache, dürfte ich dann rein theoretisch auch die Münze anstupsen können. Damit ich die zumindest schon mal vorwärts weg habe. Jetzt improvisiere ich einfach. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert. Jetzt rolle ich mich nämlich einfach so zur Seite und in den Strahl. Und das dürfte dann nämlich auch kein großes Ding mehr sein. Tada! Geschafft! Tja-tja! Sogar mit Münze. Das ist doch mal was. So, jetzt haben wir unsere drei Münzen. Eigentlich müssten wir jetzt keine Goldmünzen mehr einsammeln, aber ich... Ich versuche zumindest so viel wie möglich ein... Ach, du Heiliger. Okay. 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 Moment mal, wenn ich das alles in die richtige Richtung rolle, dürfte das rein theoretisch funktionieren. Ich muss nur meinen Kopf benutzen. Im wahrsten Sinne des Wortes diesmal. K Services auf. Okay. 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 Das könnte jetzt etwas länger dauern. Ja, du kommst auch mit jetzt? Nein! Ach komm schon! Ist das meine Kopfrolle? Ist es eigentlich scheiße schwer, dass es gerade ist? Ja, ja. So, jetzt müssen wir uns bloß noch selber da durchbekommen. Sieht schon mal gut aus. Tada! Und schon haben wir eine Münze mehr. Die wir eigentlich nicht brauchen, aber wir haben sie einfach. Das, was für mich schaffbar ist, das tue ich auch. Tada! Crawl Upwind. Aufwärts... Aufwärtskrabbeln? Äh, ne. Windaufwärtskrabbeln wenn dann. So ist schon mal nichts. Ich glaube, die Münze müssen wir leider, leider da liegen lassen, wo sie ist. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich da jetzt... Wohl... Ne, ich habe keinen Plan, wie wir da... An die Münze rankommen sollen. Deswegen ich jetzt einfach in den Lichtstrahl hüpfe. Wir haben ja glücklicherweise noch genug Optionen, um weitere Silbermünzen zu bekommen. Wir brauchen ja bloß noch vier. Eins, zwei, drei... Fünf... Fünf und drei sind... Acht! Acht Möglichkeiten, noch an Münzen ranzukommen. Lava-Lieper. Oh Gott, das hört sich ja schon gefährlich an. Das hört sich ja schon richtig... Ach, du heiliger. Uuuh... 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 Aber ich habe es geschafft. Das war gar nicht mal so schwer. Ich musste mich einfach nur in... Dauerhaft in eine Richtung bewegen. Lief wu... Lief wunderbar. Downclimb Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh, ich sehe schon Okay, so funktioniert das schon mal nicht Ich versuche hier nämlich gerade ganz vorsichtig Das wird so nix Ich weiß, ich kann es schaffen Ich muss nur das Timing haben Erstmal einen Schluck Tee Schaffe ich schon Ich muss es schaffen Ich mache irgendwas falsch Ich mache irgendwas falsch Ich muss bloß rausfinden, was es ist Oder ich gehe einfach zum nächsten Level Nee, nee, das Level, das schaffe ich auf keinen Fall Jumping Frog Gut, hört sich gut an Hört sich machbar an Oh, wir sind ein Fröschli Ich bin ein Frösch Naja, ich bin so Sowas wie ein Frosch Nein Nein Und dran vorbeigejumpt Ja Ja Nein Ach, komm Ich bin doch bloß Diese dämliche Münze Jetzt mal ein Kopfstand Sieht auch sehr interessant aus Bin ich jetzt ganz vorsichtig Jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe Aber super Ich kann stehen Ich kann Nein Ich kann doch nicht stehen Na komm schon Komm schon Nein Ah Hilfe Hilfe Ich liege auf dem Rücken Hilfe Nein, 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 nein Wir wollen da nicht hin Noch nicht Ah Ich höpfe immer zu weit Habe ich das Gefühl Das ist mein Problem Jetzt ganz vorsichtig aufstehen Nein, 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 nein Ach Gott, warum muss der Kopf nur so verdammt schwer sein? Bitte, bitte, nein. Eieiei, nicht einfach. Nicht einfach. Ich muss hier wieder ganz vorsichtig vorgehen. Nicht allzu sehr springen. Ganz vorsichtig. Ach, komm schon. So schwer kann das doch nicht sein.